Musik Einmal im Jahr, wenn möglich, um die Weihnachts- oder Neujahrszeit, veranstaltet die FBI VEU für ihren Nachwuchs eine gemeinsame Skill-Challenge. Die kleinsten bis zu den größten VEU-Nachkömmlingen treffen sich hier auf dem Eis, um gemeinsam Challenge-Punkte zusammen. Angefangen hat das Ganze, dass wir gesehen haben, wir möchten Wien-Echter oder Neujahr irgendwas machen, ein Event für den ganzen Aufwuchs, für die Kinder, wo sie Spaß haben. Und da die Terminfindung immer schwer ist, weil alle in der Meisterschaft sind, wenn es eins immer spielt und die Eiszeit auch nicht immer unbegrenzt zur Verfügung ist, ist es jetzt höher halt einmal Februar geworden, bis es wirklich stattfindet. Der komplette VEU-Nachwuchs belagert bei der Skill-Challenge das Eis in der Vorarlberghalle. In gemischten Teams kämpften sie um den Punktesieg auf den verschiedenen Stationen. Sei es ein Hindernis-Parcours oder eine Art Basketball bis hin zum Passen. Dusser auf dem Freiplatz haben wir noch eine lustige Sache. Ein Parcours, wo die Kleinen auf dem Rodel hocken und die Großen schieben sie quer durch den Parcours durch. Und die Zeit wird gestoppt und aus dem Allem wird dann die Punkte ermittelt für jedes Team. Aber in Wirklichkeit war hier jeder Sieger. Am Schluss gewinnt immer jeder, vor allem die Kinder. Denn die Kids, die hatten hauptsächlich Spaß. Und eine Station, die wurde zum besonderen Spaß-Favoriten auserkoren. Der Dernastat, ein Geschwindigkeitsmesser und da schauen wir, wie schnell der Schuss ist. Auf das freust du dich ja. Ja, sehr. Weil es Spaß macht zum Schießen. Das ist halt das KMH-Schießen. Was war dein Rekord? 50. Was hast du für einen Rekord gemacht? 43. Ist sonst irgendeine Station dabei, was dir ganz besonders gut gefällt? Ja. Wie heißt das mit dem Tennisball? Es ist cool, aber es ist schon schwierig. Also man muss sich aufs Eislaufen konzentrieren, oben gleich mit dem Bug. Also ist schon schwierig. Mir gefällt es da ganz gut. Aber eigentlich bin ich Goalie. Und darum fällt es mir ein kleines Schwert, um da ins Tor zu treffen. Und so schießen schnell. Und mir gefällt es da eigentlich ganz gut. Es sind nur nette Tränen und alles. Und ich möchte eigentlich lieber. Motivierten Nachwuchs bekommt die FBI-VEO also auf jeden Fall genug. Motivierten Nachwuchs auf jeden Fall. Motivierten Nachwuchs. Motivierten Nachwuchs. Motivierten Nachwuchs. Motivierten Nachwuchs.